Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Velocir-Kanal. Heute hier mit den Boston Celtics und den Portland Trailblazers. NBA Finals. Es ist die Neuauflage von 2.21 das Finale. Das hatten wir ja schon mal. Damals haben wir in einer Serie von sieben Spielen gegen die Boston Celtics gewonnen. Es wird auf jeden Fall interessant. Es wird auch schwierig, muss man ganz klar sagen. Die Celtics waren... Im letzten Spiel hatte ich das ja irgendwann mal im Spiel gesagt. Ich habe das Gefühl, ich gewinne das Spiel. Relativ safe. Und dann habe ich doch noch verloren. Das heißt, auf jeden Fall sollte man die Celtics nicht weiter unterschätzen. Beziehungsweise überhaupt nicht unterschätzen. Und ja, hier sind wir in der Celtics Arena. Die wollen natürlich diese Rache. Also ich meine, das kann ja jeder verstehen. Wenn du die NBA Finals knapp verlierst, damals eben in Game 7 erst, dann willst du diese Rache. Ob sie die kriegen, ist was anderes. Aber nun gut, wir schauen mal. Auch hier schöne Animationen natürlich. Die Celtics haben Bock. Aber wir haben natürlich auch Bock. NBA Finals. Celtics Arena. Hier seht ihr es. Ah, da sieht man im Dunkeln Nikola Jokic hier. Damian Lillard, der unter anderem dieses absolut geistesgestürte erstes Spiel hatte. Aber das war ja wirklich Wahnsinn. Kemba Walker. Jalen Brown. Die haben alle Lust. Die haben alle Lust. Die Aufstellungen. Walker, Brown, Graham, Nance Jr. und Thompson gegen Lillard, Harris, Daytona, Outlaw und Jokic. Und wir gehen direkt über zum Tip-Off. Wir gehen direkt über zum Tip-Off. Der Referee oder die... Ja, auf jeden Fall gewinnen wir den Tip-Off. Wie nennt man eigentlich einen weiblichen Referee? Heißt es trotzdem der Referee oder die Referee... Blablabla-rin? Keine Ahnung. Ich bleib bei der Referee. Ist mir egal. Und ja, konzentrieren wir aufs Spiel. Jokic stellt da den Block. Na, Daytona war da relativ gut. Und... Boah, mit seiner Länge konnte er da trotzdem nicht scoren. Worte gut gestört. Jetzt die Kemba Walker. Kemba. Foul. Und macht die Punkte. Okay. Also läuft nicht von Anfang an gut für uns. Bitter. Sehr, sehr bitter natürlich. Jetzt sehen wir es. Stark gemacht von Kemba. Warum kommt bei den Freiwürfen eigentlich seit neuestem mal diese Draft Music? Macht natürlich die Punkte da. Jetzt Lillard. Verliert den Ball nicht. Ist zwar ein bisschen unübersichtlich eben. Lillard zieht da ganz einfach davon und dankt ihn rein. Graham kann da nicht mehr helfen. Keine Wiederholung, okay? Mr. 71 Punkte in den NBA Finals. Neuer Rekord natürlich damit gewesen. Und Lillard hier mit den... Ah, fast hier. Also ich weiß gar nicht, wie viele Fast-Deals Lillard alleine in dieser Serie jetzt schon hatte. Thompson gegen Jokic. Jetzt Brown. Schön gespielt auf Nance. 5-2 für die Celtics. Lillard. Lillard. Ah, fällt da nicht rein. Schade. Aber hat die Chance von der Freiwürflinie. Auch wenn die Fans boon. Drei Punkte viel Lillard. Und auch für uns. Beide Freiwürfe ganz, ganz souverän reingemacht. Jalen Brown jetzt. Oh, das geht so einfach eigentlich. Der ist nicht drin, Gott sei Dank. Walker wieder an der Linie auf jeden Fall. Das zweite Mal schon in diesem Spiel. Schauen wir. Beide drin. Lillard am Ball. Lillard auf Jokic. Ganz einfaches Ding. Nikolaj Jokic. Tops ist er überhaupt nicht mitgekommen. Jetzt Campbell Walker. Campbell Walker. Dribbelt hier. Versucht sich da Platz zu verschaffen. Gegen Lillard. Und der ist wieder drin. Also Campbell Walker auch richtig hot heute. Sieben Punkte. Daytona. Auf Lillard. Oh, der ist nicht drin. Okay. Graham gegen Daytona jetzt. Jetzt muss Daytona seine Defense-Qualitäten zeigen. Walker jetzt. Sie gehen natürlich weiter über Campbell. Aber kein Punkt. Diesmal keine Punkte. Daytona. Mitteldistanz kann er natürlich. Sehr schön. Campbell Walker hier wieder am Ball. Wo zum Teufel war da gerade Robin Outlaw. Also jetzt mal ernsthaft, Kollege. Das ist dein Gegenspieler. Daytona. 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 Ja, der ist körperlich stärker. Schöne Drehung. Mach die nicht rein. Aber Jokic ist ja da. Jetzt wieder Daytona. Schön gemacht. Ja, das geht so einfach. Das merkt auch Brad Stevens. Das wird ihm nicht gefallen, dass der Daytona so einfach punkten darf. 10 zu 11 auf jeden Fall sehr, sehr eng. Hier im ersten Viertel. Hier sehen wir Howard & Tucker. Schirmert jetzt auch mit dabei. Unter anderem auch bei uns Carry. Also auf jeden Fall, Rotation ist da. Nance. Traut sie sich nicht, den 3er zu nehmen? Ah, der Flo dagegen nicht rein. Und jetzt werden Daytona. Werden Daytona wird da nicht mehr aufzuhalten sein. Schirmert. Wort direkt attackiert von Daytona. Und der hier, ah, beinahe mit dem Stil, aber immerhin Einwurf-Certix jetzt. Knapp an dem Stil vorbei, Daytona. Larry Nance of Corley Stein. Und jetzt hier hört ein Tucker muss gegen Daytona ran. Macht der nicht rein. Und auch hier, jetzt kann Daytona natürlich den Speed mitnehmen. Macht die Punkte nicht, aber holt sich den Rebound. Holt sich den Rebound. Oh, der Ball wird ihm fast weggesteilt. Hartenstein. Daytona. Fade away. Ganz gut gemacht. Ganz, ganz gut gemacht von Daytona. Andere wären da panisch geworden. Er macht's easy. Nicht drin. Der war klar zu kurz. Drei Punkte Führung. Fürs nächste Viertel. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz angenehm. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Auch weil alle unsere Stars eigentlich soweit ganz ordentlich spielen. Wir brauchen natürlich das Scoring, gerade von Daytona und Lillard. Aber natürlich muss auch ein Jokic eine Präsenz sein. Weil das ist auch immer wichtig. Wenn der Center dir eben keine Rim Protection gibt oder die Big Mans allgemein nicht wirklich gut abliefern, hast du immer ein Riesenproblem. Deswegen ist ja auch Kevin Love unter anderem nicht mehr in der Rotation. Einfach weil der halt defenstechnisch mit seiner zu langsamen Spielart, beziehungsweise einfach der fehlenden Athletik uns nicht mehr weiterhelfen kann. Der ist drin. War ich zu sehr auf Stoppeln fokussiert. Und jetzt hier Daytona. Daytona gegen Hürden Tucker. Der kann ihn da eigentlich nicht wirklich stoppen. Offense Fall von Daytona, okay. Wenn sie so entscheiden, muss es wohl stimmen. Sieht man auch nicht so auf dem Spiel. Wow, Whiteside hat da noch gut gestört, immerhin. Malik Beasley hat 18,1 Punkte gemacht in der Saison, also auch richtig stark. Die Whiteside ist auch unglaublich wichtige Playoffs natürlich. Der ist hier wieder richtig reingerutscht. Leider nicht drin von Bertrands, aber ein bisschen Platz war da eben. Und mit ihm kann man sowas halt auch mal versuchen. Horton Tucker jetzt. Whiteside ist eigentlich der Gegenspieler. Aber den Dreier, wenn er den so schwierig nimmt, dann habe ich damit kein Problem. Wenn er reingeht, dann ist das ein Megawurf. Aber ansonsten geht er halt nicht rein. Harris, na? Curry. Nicht drin. Oh, Beasley, da kann Curry halt nichts gegenhalten. Zu einfach. und jetzt sind sie in vier punkte die sich führen gefällt mir überhaupt nicht gary harris weit stellt den blog viel platz dann für harris nicht drin weit hat aber den rebound curry war aber contest der wort den musste ich eigentlich zeit holen gegen lenz ist da klar größer hat eigentlich auch eine superposition als den offensive freeman hat eben weiter holen müssen wie ist die jetzt der ist nicht drin sehr schön aber gegen seinen eigenen teamkollegen kann er sich durchsetzen der zeit jetzt hartenstein auf weit zeit ja klares mismatch hier also wenn er die punkte nicht macht sehr schön und wieder timeout von brett stevens und den celtics wieder timeout dürfte die rotation natürlich ordentlich ankurbeln denkt mal einige superstars sollen wieder aufs feld kommen ja nikola joki steht man ja oben recht schon man sieht hier wieder liga führen in es ist sein weiterhin brocken und ball natürlich die sind ausgeschieden aber lillard auch richtig krass auf platz drei und das obwohl der auch noch der beste scorer ist oder einer der besten kärnbar schön geblockt von lillard so nicht medium war viel platz wie sie going dreier lillard da hat sich kärnbar ganz schön ausspielen lassen von dem muss einfach verunsichern lassen und dann ist es natürlich viele das nicht die schwerste aufgabe relativ viel platz punkte zu machen das war aber stark jetzt von kärnbar gleich mal geantwortet gleich revanchiert lillard hier wieder viel platz sich geholt war dribbling muss war ein bisschen too much hier double team eben jetzt hier nikola jokic auf lillard nimmt den nicht drin aber jokic ist da und macht die punkte so muss das eben sein das musste der big man eben geben der musste auch meiner zone sich solche bälle krallen können in den playoffs weil sonst gehst du hier unter kärnbar nicht drin und jetzt lillard dann den da einfach rein mutig aber wenn es klappt wieso nicht barm 911 aktuell viele dort kärnbar walker man nicht drin der ball aber auch felser free bot aber block von jokic und jetzt hier lillard nein verliert den ball verliert den ball im dribbling nicht drin halbzeit drei punkte vorsprung drei punkte vorsprung ja wenn ich die halbzeit zu nehmen was man daran verbessern muss muss ich ganz gerne sagen die turnovers so ein bisschen also lindert hat ich glaube dreimal den ball verloren zwei oder dreimal auf jeden fall das muss auf jeden fall besser werden wir müssen noch den ein oder anderen weniger turnover machen weil dann könnten wir schon etwas höher führen aber nun gut es sind natürlich auch die finals und momentan sieht es ja gut aus es sieht zumindest ordentlich aus drei punkte vorne ist immer besser als natürlich hinten zu legen weisheit mit welcher mal wieder hier aber nun gut wir schauen auch gleich mal auf die statistiken da bin ich auch mal gespannt hier sehen wir nikola jokic also tom's dir komplett lost gewesen ja wurfquoten bei uns klar besser also dafür dass wir fast 20 prozent besser treffen liegen wir mit drei punkten aber nur knapp vorne auch die rebounds ist es sind wir besser lediglich bei den stilz nicht aber da hatten wir auch fast zwei stilz einer ging dann ins aus und der andere war dann ganz ganz knapp ich glaube die ging so beide uns aus aber wenn man sich die stats so anguckt dann könnte man sich denken wir führen hier irgendwie mit 78 19 punkten aber das ist es halt nicht es sind nur drei punkte und die turnovers werden da ja leider nicht mit aufgezählt das werk ist das deadline die mich sehr interessieren würde immer nach halbzeit wert mehr turnovers eigentlich nicht so unwichtig wer auf jeden fall auch eine kleine anregung an okay dass da eben auch mit einzubauen und jetzt die camber walker walker könnt ihr jetzt eigentlich laufen nimmt aber den dreier macht sich selbst schwer warum auch immer das ging zu einfach der ist nicht drin aber die tona hat sich den da noch mal gefischt jetzt lernst gegen lillard was wird das denn viel move was war das denn also lillard mit turnover ein nach dem anderen dritter vierter turn aber schon erkenbar hier lary nance der hätte ihn auch mal nehmen können aber jetzt hat ihn ordner den einfach mal weggesteilt der tona ganz frei war ja zumindest jetzt hat er da den gegenspieler das ist aber überhaupt kein problem für ihn leider keinen wollen aber immerhin freiwurf chance macht er beide rein sehr schön fünf punkte vorsprung brown thompson hat das große problem der seltex sie sind ungefährlich von der dreier linie was ihre big mans angeht larry dance nicht wirklich der beste dreier schütze thompson sowieso nicht da kann es halt die zone dicht machen und dann wird schwierig gehe für die beiden jetzt hier nance bei dem natürlich ganz anders der kann die dreier nicht drin lary nance ging zu einfach ging zu einfach drei punkte sind es wieder nur noch lillard hat da platz bekommen ganz easy wer diese eine findet ich mal mehr nötig gewesen es war aber echt viel platz schirmt auf nance braun jetzt der platz bekommen nicht drin lillard auf jokic und auch hier natürlich das problem thompson in allen ehren der ist aber nicht stark genug aber brown kam super zur unterstützung schirmt ja keine chance wie der tona da ranzukommen das war dann jetzt das ist dieses ich will alles ganz schnell machen und kriegst da nicht geschissen schön gestört von lillard immerhin auch wenn sie dann wieder punkten weil lernst gut nachsetzt jetzt aber jokic macht er stark muss ich vielleicht auch öfter noch im post suchen nikola jokic ist denke ich mal gar nicht so schlecht time out celtics dann nehmen wir die time out auf ihn schluck hier wasser aber es sieht ordentlich und es wird auf jeden fall jetzt demnächst ein bisschen jokic mehr suchen weil wenn sie mich doppeln kann ich ja rausspielen jokic hat diese fähigkeiten so schauen wir mal jetzt hier horten tucker schirmt lillard hier fast mit dem stil lillard hat so viele fast jetzt das ist unglaublich ja hier liga führen und was die punkte angeht nur 0,1 hinter james haben aber die sind ja auch schon lange ausgeschieden horten tucker horten tucker will sich dadurch setzen zu einfach zu einfach einfach es ist nur noch ein punkt das ist wirklich unglaublich schön lillard der fällt da ich noch mal raus schöner kick out pass schöner kick out pass und die sind in führung es ist nur ein punkt aber sie sind tatsächlich in führung da müssen wir jetzt mal die variante nehmen sehr schön schon mit jetzt am ball call die stein gegen beastly call die stein wird weg geblockt das war super gemacht von white zeit jetzt zeit vorne uhr neben lillard ganz ruhiges play ganz ruhig das hier aufbauen damien lillard lillard war gegen schermitt muss dass ich eigentlich durchsetzen können macht er aber nicht war der war eh zu spät ein punkt nur also unser vorsprung ist immer wieder und immer weiter geschmelzt es ist nur ein punkt das ist echt nicht viel da muss man echt gleich mal schauen hier noch mal den schönen blog eben gesehen von white zeit das war echt gut gemacht wir müssen echt schauen dass wir da so ein bisschen auf jeden fall noch konsequenter scoren weil sonst wird es echt gefährlich es ist eben nur dieser eine punkt das ist nichts ist es games hier sehen wir jokic auf lillard und die hat ihn einfach rein gedankt gegen thompson und walker damien lillard jetzt hartenstein hat da schön den block gestellt hartenstein white zeit lillard nimmt den macht den aber nicht macht ihn leider nicht bis die perfekt reingeballert perfekt reingeballert dann nehmen wir doch den mann hier und jetzt hat das gibt es nicht daytona das war nicht die schwierigste und warum bleibt da lillard gerade stehen ach man aber daytonas turn over ganz schlecht jetzt aber hier macht er nicht rein gegen den horten tucker katastrophe katastrophe die selten wieder hier im letzten viertel das geht so nicht lillard am ball nikola jokic hat hier das mismatch macht den nicht rein trotz trotz miss match macht er den nicht rein ganz 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 freier dreier wo war da bitte damien lillard soll sie davon sehr schön sieben punkte hat das ist aber viel sieben punkte ist echt viel zu einfach zu einfach detonar ort läuft das aber lillard frei mach ihn auch nicht das war es das war der entscheidende fehlwurf und sie holen sich nun offensiv rebound wie viele sekunden will er noch in der zone sein das waren 23 sekunden noch gibt es die regel sie ist zwar verkürzt worden aber noch gibt es die regel und herr ist mit das gibt es nicht wir haben verloren das letzte viertel haben wir verloren jokic auf lillard wird gefault nimm den mach ihn immerhin aber es sind zehn punkte ist zwar schöner dreier gewesen das sind zehn punkte braun thompson braun das ist zu einfach unsere defense ist so grausam und jetzt der tona es war alles ganz nett noch aber das war es eigentlich schon zehn punkte in 122 aufholen also wenn wir nicht zwei steals hinkriegen wird das nichts und lillard nein thompson das ist unglaublich das ist unglaublich was ich tätig spielen lillard es steht 21 für die celtics muss man einfach mal zugeben bitter jetzt nehmen sie natürlich viel viel zeit auch noch von der uhr schön gestört nimm den und der ist drin der war sogar noch mal drin schöner dreier nimm den dreier und trifft den einfach perfekt crazy merkt ja auch dass ich schon relativ sprachlos bin ich meine jetzt können wir hier in ruhe runter spielen das ganze aber es ist hart die celtics das letzte viertel haben sie uns komplett zerstört muss man einfach sagen hier noch mal ein paar drin legen muss von lillard und das spiel ist beendet celtics 21 boston celtics 21 sie sind dabei sich rechnen zu können sie geben auf jeden fall gas sie geben auf jeden fall viel gas es ist bitter wir gucken uns auch gleich natürlich noch die stats an wer weiß ob das hier nicht schon wieder so eine serie ist bis game 7 dass wir auf jeden fall ja nicht das was ich will aber nun gut aber nun gut 21 tics ja walker 35 und sieben ist es trifft auch über 25 er über 50 prozent larry nance 22 11 2 und 11 von 11 dies liegt richtig gut 4 von 73 an ja lillard er trifft zwar 43 43 punkte aber er hat neun turnovers macht eben nur 16 von 34 es ist nahe 50 prozent muss man sagen so schlecht ist das gar nicht aber diese neuen turner war der turner trifft eigentlich auch 50 prozent jokic hat ein bisschen wenig gescored beziehungsweise der ganze supporting cast war überhaupt nicht da nun gut das auf jeden fall dazu dieses game haben wir verloren aber noch geben wir uns natürlich nicht geschlagen im nächsten spiel haben wir natürlich die chance noch wieder auf 22 auszugleichen euro schmelz sich ab ich hoffe das video hat euch gefallen das geld feedback da und bye bye